hallo und willkommen auf meinem kanal heute gibt es ein kreuzstick unboxing ich habe mal ein bild über amazon gekauft das packe ich jetzt aus dieser verpackung raus und dann sehen wir uns gleich nach dem intro wieder bis gleich und hier ist die stickpackung was in der tüte drin war man sieht hier schon direkt die firma das ist max stitch dmc.com und man sieht schon viele viele farben und hier ist das motiv ich liebe dieses motiv das ist die grinse katze aus alles im wunderland finde ich mega das motiv ich habe es mir damals schon überlegt als diamond painting bild zu nehmen aber da hätte ich sehr groß nehmen müssen also 60 x 80 oder so was in der größe ich weiß das gibt es auch als perlen stick bild das habe ich glaube ich auch schon gesehen dass es das gibt aber ich habe mich jetzt für diese kreuzstick variante entschieden das mache ich mal die verpackung mal auf was richtig gut ist es ist was festeres also kann man auf jeden fall alles wieder rein tun fahr mal erst mal mit dem stoff an wir haben hier 14 count normales eiderstoff also nix nix besonders wir haben hier zwei nadeln sehr schön und die sind ein bisschen spitz aber nicht zu spitz das ist so leicht abgerundet und was auch sehr gut ist der stoff ist umsäumt sehr sehr gut also eigentlich nichts besonders blanko stoff so jetzt geht es zu den farben wir haben hier drei karten auf eine karte passen einen moment zwei vier sechs acht zehn zwölf vierzehn fünf also 30 farben also haben wir hier schon mal 64 farben schauen richtig schön aus was ich gelesen habe ist das ist ägyptisches baumwollgarn es ist unten aufgeschnitten ich glaube die haben das einfach so ja so rein getan dass es nicht zu lang wird also die farben hier schon schon mal sehr schön aus die grüntöne und das weiß schauen wir uns mal die ganzen anderen farben an die fäden fühlen sich ganz okay an aber die farben schauen richtig toll aus die grüntöne die ganzen verschiedenen und hier auch so orange so richtig schöne pastelltöne also schaut richtig schön aus die blauen sind auch sehr schön hier hinten hat man auch die dmc nummern und wie viele wahrscheinlich wie viele stränge das seien soll jeweils schätze ich mal das weiß ich jetzt nicht aber ich gehe davon aus weil hier ist was ein strang also hier ist was ein strang und da steht einer eins also wird schon die stränge sein wie viele da jeweils dabei sind also sehr sehr schön das nächste die farben schauen richtig schön aus das türkis richtig richtig schön und hier auch richtig schöne farben das soll wahrscheinlich hauptsächlich für die grinse katze sein also wie gesagt es fühlt sich ganz ja es sind nicht flauschig aber das fühlt sich ganz okay an es werde ich dann sehen wie das dann ist zum stecken und hier auch die ganzen dmc nummern und wie viele strenger das sein soll jetzt drehe ich das mal hier weg das zählmuster haben wir hier in so ein buch was ich sehr gut finde ich will euch jetzt nicht zu viel von einem zählmuster zeigen deswegen decke ich das hier ab aber wie ihr seht schaut das schon mal ganz gut aus typisches schwarz weiß muster und man sieht auch schon ordentlich die backstitche und die größe ist auch okay das bild ist in neun seiten aufgeteilt wir haben auch hier hinten die auflistung von die kreuz stiche die dmc nummern wie viele stränge man da nehmen muss wie groß das dann ist mit die stiche die 152 x 215 stiche stücken auf 14 count und das bild wird dann im endeffekt 27,58 breit und 39 01 hoch was auch sehr schön ist wir stecken nicht nur immer zwei fedrig mit einer farbe sondern wir haben auch manche sachen da müssen wir zwei verschiedene farben nehmen damit wir ein kreuz machen was sehr gut ist mal was anderes und hier haben wir übersicht von die verschiedenen stickarten was wir für dieses bild benötigen wir haben die normalen kreuz stiche wir haben die mini kreuz stiche dann haben wir den french knot und die backstitche also hier wird das eigentlich relativ schön gezeigt wie man das zu machen hat und natürlich die layout von die seiten und hier ist noch eine anleitung wie man das zu sticken hat was für garn verwendet wird also hier steht sehr ägyptische baumwoll dmc garn und was auch sehr schön zu lesen ist wir haben hier 30 prozent extra garn und falls mal garn ausgehen sollte dann kann man den anschreiben und dann bekommt man das umsonst und hier wird halt erklärt wie man das zu machen hat dass man den stoff falten soll und erstmal die mitte ermitteln und von der mitte aus anfangen die schlagen vor dass man immer in zehn mal zehn kästchen arbeitet wegen die ganzen viele farben und dass man seite per seite machen soll eigentlich alles wunderschön erklärt also ist auch ein verständliches zählmuster was dabei ist wird auch gesagt welche farben man da braucht für die zwei stränge mit die symbole also ist eigentlich alles echt richtig nice auch für die mini full stitche wird auch nicht immer nur eine farbe verwendet sondern auch teilweise zwei und auch bei die backstitche wir haben auch verschiedene farben für die backstitche und manchmal soll man nur einen faden nehmen was man meistens nimmt für 14 count aber manchmal soll man auch zweifederig nehmen also hier wird es echt wunderbar erklärt auch mit die french knots wird angezeichnet also echt super also kann mich echt nicht beklagen schaut echt super aus ich bin jetzt so glücklich dass ich dieses motiv jetzt endlich habe als kreuzstückbild wird bestimmt einige zeit in anspruch nehmen bis ich das fertig habe da ist nicht nur aus normale kreuzstiche besteht sondern aus diese mini fullstitche und fringe knot und ja die backstitche aber ist eigentlich nichts kompliziertes dabei dann bedanke ich mich fürs zuschauen vielleicht bis zum nächsten video und ciao bis zum nächsten video